Die DNA von Mercedes-AMG ist Power. Meine Familie und ich, wir lieben es hier. Diese Power ist auch ein Team. Und das spürst du auch im Produkt. Die Chance ist es, die 50 Jahre AMG, diese Riesengeschichte, in die Neuzeit zu transferieren. Man kreiert Dinge, die sonst gar nicht möglich wären. Ich bin gerne bei AMG. Ich mag die kurzen Wege, die transparenten Entscheidungen. Ich mag die Idylle und Gelassenheit der Gegend und gleichzeitig die Kraft und Performance unserer Produkte. Die AMG ist eine hochmotivierte Mannschaft. Es erstaunt mich immer wieder, mit welchem Enthusiasmus hierher Leute kommen. Hier hat man die Ressourcen eines Weltkonzernes im Hintergrund. Und mich selbst mit einzubringen, das ist, was mich hier motiviert. Mercedes-AMG ist Performance, ist Innovation. Wir geben den Maßstab vor. Hochleistungsmotoren zu entwickeln, ist eine gewaltige Teamaufgabe. Mit derselben Power treiben wir hier auch Innovationen voran. Zum Beispiel im Leichtbau mit Carbon, Magnesium und Komposil. Und das ist das Große, was mich hier so begeistert. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich bei AMG. Ich finde es toll, weil es ein Automobilhersteller ist, der eine überschaubare Größe hat, aber trotzdem vollständig ist. Die Kita öffnet morgens schon um halb acht. Dadurch kann ich stressfrei meinen Arbeitstag beginnen und hole sie dann meistens gegen 18 Uhr ab. Aufhaltebach ist ein kleiner Ort. Man ist sofort im Grünen. Man hat die Nähe zu Städten wie Ludwigsburg oder eben auch Stuttgart. Und die Kombination macht es so reizvoll für mich. Vor 50 Jahren haben wir begonnen, Renngeschichte zu schreiben. Mit innovativem Denken. Herzblut. Vorwärtsdrauben. Und mit dir. In Erfalterbach ist dieser Anspruch zu Hause. Hier schreiben wir die Zukunft. Shifter. Join us. Bewirb dich jetzt auf deinen Traumjob.